WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 Was ist das? System Override. Was war das? Die Stealth-Anzeige gibt den Grad der feindlichen Wahrnehmung an. Tarnfeld aktiviert. Das Tarnfeld bringt vorübergehende Unsichtbarkeit, um nicht entdeckt zu werden und feindliche Stellungen zu infiltrieren. Bewegung im Tarnmodus verbraucht viel Anzugenergie. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Tarnfeld aktiviert. Geh Richtung Norden durch das Lager. 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 Ja, nachdenkommst! Suche! Oh, oh, oh! WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Berechne Alternativroute. Machen wir alles wieder globalisiert. Machen wir alles wieder.